Heute ist es soweit, wir schauen uns nämlich die besten Trickshots aller Zeiten an. Ich sag's euch Leute, das sind wirklich die heftigsten Trickshots, die ihr jemals sehen werdet. Also das wird auf jeden Fall heute richtig, richtig unnormal. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst ihr euch auf jeden Fall gerne mal einen Like da. Ich würde sagen, bei 10.000 Likes zu unserer weiteren Trickshot-Episode. Und es haben einfach 70% von euch noch gar nicht abonniert. Deswegen tut mir den Gefallen. Drückt mal auf den Abo-Button, guckt mal, ob ihr den vielleicht noch nicht gedrückt habt und ihr gerne mal in die Videos guckt und dann drückt noch gerne auf die Glocke, Freunde. Wir gucken uns direkt mal hier Level 1 an. Das ist ja relativ langweilig noch. Und hier seht ihr schon so einen kleinen Vorspann, was uns anscheinend erwarten könnte. Okay, okay, es geht, alter, was, Weihnachtsmann, Weihnachtsbaum und, yo, okay, es geht direkt los, Leute. Level 8, äh, er hat uns gefakt. Er hat uns einfach gefakt und ein Papierflieger? Hä? Yo, yo. Oha, okay, 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 also, ja, was? Okay, also das sind schon, ey, das sind schon heftige Trickshots, Freunde. Guck mal hier und bam, alter. sagt dadurch und okay sagt wenn die level höher sind werden die trickschutz schwerer und läuft bei dem auf jeden fall das ist ein pinkballball was in seinen ranzen rein und zack ballon kaputt gemacht und jetzt haben wir warum springt der was 0 ok golf jetzt hier und was wie kreativ wie kreativ sind der mitte noch die sachen die arme wand und perfekt ja ich wollte gerade sagen viel glück dass es wieder runter zu bekommen muss er einfach aufschneiden alter ok das schloss mal eben angeworfen leute was sind das für sachen alter battle flip perfekt und kommen ganz normal ganz normales tennis spiel okay das war wahrscheinlich so mit absicht was ok das sind auch normal ach so die sind alle die alte was was ein eichhörnchen ein eichhörnchen wo kommt das eichhörnchen her wie kriegt man ein eichhörnchen dazu sowas zu machen was muss man füttern ist jetzt die frage und hier clean das sieht gut aus leute und auf dem nagel was was ist denn eine pringelsdose gefühlt und jo yo ja er schneidet was als ich sage es euch so wie es ist na ja alles klar das sind heftige trickshots ich sag es euch so wie es ist das ist halt echt unnormal und ja was hält mit augen zu also bin was und oh mein gott oh mein gott und hier war perfekt einfach ein doppelter ballon popper alles klar mit so riesen flaschen und mit klein er macht einfach die lampe an er macht einfach die er lädt sein handy was sind das für hier peaks peaks und peaks und es musste die ganze zeit perfekt fliegen sogar mit den abständen so bis jetzt alles normal und jetzt muss er alles klar alles klar was ja und doppelt durch einfach doppelt durch ohne spaß es ist wirklich verrückt das ist wirklich verrückt durch fenster es dreht sich und noch mal durch zweite fenster und jetzt kommen wir mit der frisbee und haut perfekt einfach oben rein ich glaube es ja nicht wie das ding fliegt und rein da perfekt und nein oder es ist ein brief hey was hey was okay wir jetzt hier oh wie heftig angenehm sei das dort aus peng 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 einfach alle geholt so level 84 zack alter mal ganz kurz den würfel gerichtet und perfekt den pingpong gegönnt oh er hat sich geschafft oh man ey man er hat uns einfach hochgenommen freunde er hat uns einfach hochgenommen hier kurz golfen und direkt den nächsten und direkt nochmal zurück ey was und ey ich sag euch manche sachen hier die sind echt die augen zu ne ey die sind echt zu krank und was macht was was hä jo was er hat einen ballon in den ballon platzen lassen aber den außerhalb nicht oh ey die nachmachen müssen dich auch denken alter was geht bei denen ab alter die machen ja nur trickshots den ganzen tag und hier schon wieder und oh latte er schießt den ball ab er schießt den ball ab oh oh jo was was er macht einfach beide kerzen aus er macht einfach beide kerzen aus ne hä hä ey oh nein 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 bitte was äh 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 oha das ding fliegt einfach da durch es ist da durchgeflogen alter Okay, Level. Ey, wie soll man sowas schaffen, Alter? Er hat einfach den Fall... Oha. Nein, er hat es nicht geschafft. Oh. 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 Jetzt aber. Jetzt aber, Leute. Jetzt aber. Jetzt schafft er es. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Oh. Oh. Ey, was? Das ist doch zu krass. Das ist wirklich zu krass. So hier, komm. Ey. Kann mir das jemand erklären, wie krass das Finition ist? Dass er den perfekt da durchwirft. Und dann noch Bullseye trifft. Ey, das ist so unermal. Okay, jetzt haben wir Level 100. Oh, ich glaube, den haben wir schon mal gesehen, ne? Ich glaube, den haben wir schon mal gesehen. Aber der ist heftig. Der ist, glaube ich... Ja, der ist heftig, Alter. Oh. Oh. Das ist so krass. Das ist so krass. Einfach dadurch. Guck mal, wie viele Versuche das gebraucht hat, ne? Ey, das ist wirklich unermal, Freunde. Hier, zack. Und in Slowmotion. Bab. Perfekt durchgezogen. Ey, krass. Leute, ohne Spaß. Das war es auf jeden Fall von den heftigsten Trickshots, die ihr jemals gesehen habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt ein bisschen mehr Videos hier aus. Einfach draufklicken. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.